Vor nicht allzu langer Zeit waren Diego und ich mal zusammen in Berlin und das war was, wo wir auch gerne mal sportlich wieder hinkehren würden, Ende der Saison. Und ich glaube, nachdem wir Deutscher Meister geworden sind, ist es natürlich unser Bestreben, wo wir beide eigentlich besessen drauf sind, den DFB-Pokal zu holen. Grazie.